Hallo und willkommen zurück bei Venetica. Das letzte Mal haben wir Matteo, dem lieben Schmied, geholfen und vor allem haben wir die Mondklinge gefunden und jetzt sollte es mal weiter gehen, um den Mondstein zu finden. Und übrigens habe ich mich in dem Inventar hier ziemlich angestellt. Das hier ist für die Tasten 1 bis 9, steht ja hier. Das ist aber ganz einfach für die rechte Maustaste. Wir ziehen es mal hier rüber und jetzt können wir einfach die rechte Maustaste drücken für den Raben zum Beispiel. Und da können wir dann später zum Beispiel eine Blockfähigkeit einsetzen, sodass wir dann mit der rechten Maustaste blocken können. Also da habe ich mich ein bisschen angestellt und das mit dem Waffenwechsel auf Q geht natürlich nur, wenn wir tatsächlich auch eine zweite Waffe haben. Und dann werden, könnt ihr euch ja mal unten angucken, 1 bis 9, da werden die ersten drei, die ersten drei Zahlen sind dann angepasst an die Waffe und die werden dann mitgewechselt. Also jetzt die Sachen, die ich auf 2 und 3 gelagert habe und eine Sache, die ich auf 1 lagern könnte, wenn ich denn wollte. Jetzt wollen wir aber erst einmal hier den Legenden hinterher jagen und die Bergarbeiter mal nach dem Mondstein fragen, weil den brauchen wir. So, weil die Mondsteine brauchen wir ganz dringend. Ohne den Mondstein können wir nämlich die Mondklinge nicht reparieren lassen und ohne die Mondklinge sollen wir ja unser kleines Bergdorf auch gar nicht verlassen. Haben uns zumindest unsere beiden neuen Freunde so geraten, Nesto und Don. Mensch, ich habe das gar nicht hingekriegt eben richtig mit dem Move. So und so und so. Ihr seht die Hand, wie die leuchtet. Wenn sie leuchtet, dann sollte man nochmal drücken. Und dann kommt diese schöne Bewegung. So, hier ist noch mehr Kupfererz. Wie bereits gesagt, wir werden das behalten möglichst lange. Irgendwann hat man das für irgendwas gebraucht. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gehen wir hier jetzt mal rein in die Kupfermine. Da werden wir bestimmt noch mehr Kupfererz finden. Und hoffentlich halt auch den Mondstein. Eine ziemlich große Mine, da werden wir uns ein Weilchen drin aufhalten. So. Da wollen wir mal gucken, ob hier irgendwer ist. Da ist jemand. Oh, hallo. Was zum Geier machst du denn hier unten? Weißt du etwas über einen sogenannten Mondstein? Vor einigen Tagen hätte ich über diese Gute-Nacht-Geschichte noch laut gelacht. Aber unsere Grabemaschine hat eine Wand durchbrochen. Und dahinter ist eine seltsame Kammer zum Vorschein gekommen. Vielleicht ist es das, wonach du suchst. Du kannst einfach diesen Rohren folgen. Sie werden dich hinführen. Aber sieh dich vor. Na wunderbar. Okay, wir werden uns vorsehen. Wer weiß, was hier unten lauert. Aber wir können den Rohren folgen. Und das ist doch schon mal ein ganz guter Haushaltspunkt. Oh. Junger Wühler. Was auch immer das ist, kennen wir nicht. Sehen aus wie irgendwelche Monster halt. Junger Wühler. Naja, also. Solange wie wir keine ausgewachsenen Wühler finden, finde ich das alles gar nicht so schlimm. Was haben die dabei? Wühler-Fell. Allerdings nur, weil wir... Weil wir diese Tierfähigkeit, äh, erlernt haben. Ansonsten würden sie jetzt kein Wühler-Fell dabei haben. Das ist alleine unserer Fähigkeit zu verdanken. So, hier den ganzen Kram machen wir ruhig mal kaputt. Gar kein Problem. Liegt da nicht was? Nein, da liegt nix. Gut, also wir sehen uns vor, vor, äh, Wühlern. Vielleicht bleiben es auch gar keine jungen Wühler. Wer weiß. Gut, und jetzt folgen wir einfach mal den Rohren hier. Wenn die uns direkt zum Ziel führen, warum sollten wir einen anderen Weg nehmen? Ich sag euch warum. Weil wir erkunden wollen. Ja. Ach, verramt. Irgendwie will ich immer auf der linken Maustaste meine Waffe ziehen. Aber das geht hier nicht. So. Genau, wir können die Waffe einfach mal draußen behalten. Unser, äh, derwisch-Ginitar hinter uns. Na, großartig. Was mir jetzt halt nicht so gut schmeckt, ist, dass wir immer noch keine, keine, äh, Magie, äh, Fähigkeiten haben. Und wir uns deshalb tatsächlich voll und ganz auf unsere Kampffähigkeiten, Fertigkeiten verlassen müssen. Und das, äh, finde ich ein bisschen ungünstig. Weil jetzt so ein schöner, hoppa, so ein schöner Fernkampf angeht, wäre natürlich was Feines gewesen. Aber so soll es halt nicht ablaufen. Dass wir wirklich zaubern lernen, also richtig vernünftige Zaubersprüche, äh, das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir tatsächlich erst einmal nach Venedig kommen. Vorher werden wir, glaube ich, nicht zaubern lernen. Soweit ich das zumindest in Erinnerung habe. Ich weiß nur, in Venedig ist ein sehr mächtiger Zauberlehrer. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der erste, den wir treffen werden. So. Wühlerfell, Wühlerfell. Ah, jetzt habe ich gar nicht auf das Rohr geachtet, aber hier ist eins. Okay. Wer weiß, ob es, ja, doch scheint das gleiche zu sein. Okay, wir gehen jetzt einfach mal stur hier weiter. Aber hier hört das Rohr auf, also scheint es nicht das Richtige zu sein. Imperiale Truhe, verschlossen. Hm, tragisch. Also das läuft hier, imperiale Mütze, Münze, Mütze. Imperiale Münze. Anscheinend aus irgendeinem älteren, aus irgendeinem älteren Reich, aus irgendeiner, ja, aus irgendeinem Herrschaftsreich, aus einer anderen, aus einer anderen Zeit. So, jetzt habe ich es. Ja. Da, frisst mein Schwert. Da. So, sehr schön. Ja, äh, verschlossene Truhen funktionieren hier ein bisschen anders als in anderen Spielen. Wir müssen hier auch keinen Schlüssel finden. Wir warten einfach, bis wir die Fertigkeit erlernen können, solche verschlossenen Truhen und auch verschlossene Türen zu knacken. Das werden wir mit der Zeit erlernen, aber diese Zeit ist halt jetzt noch nicht gekommen. Das ist sogar, diese Fähigkeit ist sogar geschichtsabhängig. Das heißt, wir können gar nicht aus Versehen dran vorbeilaufen. Wir werden im festen Spielverlauf, im festen Questverlauf, im Hauptquestverlauf, werden wir die Fähigkeit erlernen, solche Truhen zu öffnen. Die ist auch verschlossene Truhen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob imperiale Truhen immer verschlossen sind. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie bessere Schätze enthalten als normale Truhen. Und wir sehen, schlechte Gesundheit. Essen wir mal was. Und essen wir noch was. Na gut, für den Pilz reicht es auch noch. So, jetzt geht es uns wieder gut. Das ist auch eine Fähigkeit, die wir später erlernen können. Nämlich, wenn wir Gegnern von hinten auflauern, dass sie dann viel mehr Schaden nehmen. Wenn wir sie also von hinten angreifen, ohne dass sie uns entdeckt haben. So, jetzt sind wir hier schön kreuz und quer gelaufen. Ich bin fast der Meinung, auf M. Genau, auf M haben wir hier eine Karte. Äh, tja, okay, wir sind jetzt hier tatsächlich im Kreis gelaufen. Da geht es aber raus. Gehen wir mal hier weiter. Und dann hier. Da irgendwo durch. Hier ist ein Durchgang, genau. Hoffentlich finden wir jetzt hier irgendwo die Rohre wieder. Ansonsten müssen wir wieder ganz zum Anfang. Ne, ein Ausgang. Ist doch komisch, was ist denn das für ein Ausgang? Heilige Städte. Hm, naja, klingt doch gut. Gucken wir mal, was es da Heiliges gibt. Heilige Kaverne. Was ist eine Kaverne? Okay, ohne allzu lange nachdenken zu müssen, würde ich einfach mal sagen, an der Statue fehlt was. Die Statue ist beschädigt. Tja, in der Tat. Und zwar fehlt der Kopf und der ist hier. Setzen wir den mal drauf und gucken, was passiert. Hier steht ja Portal-Figur. Ich glaube, es war ein Ausgang. Da ist ein Ausgang. Du hast mich gefunden. Benedikt. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Ich habe deine Gegenwart die ganze Zeit gespürt. Du warst nie wirklich weg. So sehr ich mir auch wünschte, dass es anders wäre. Aber ich bin nun an einem anderen Ort. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich dich erreichen und dir bei deiner Aufgabe helfen kann. Ich werde deinen Tod rächen. Das ist nicht das, was ich von dir will. Deine Aufgabe ist viel wichtiger als ich. Ich bin so durcheinander. Wie soll ich das alles ohne dich schaffen? Denk einfach daran, mit deinem Herzen zu entscheiden. Dann wirst du immer die richtige Wahl treffen. Ich vermisse dich. Ich werde immer bei dir sein. Bitte, geh nicht. Nimm das hier von mir. Es ist ein Geschenk. Eine Gabe, die deine Macht steigern wird. Setz sie weise ein. Ich werde dich. Immer gehen dir in deinem Großen straightforward. Wenn du nicht mal Tja, wir haben unsere erste Fähigkeit erlernt. Großartig, da wollen wir nochmal gucken. Wir haben Schattenpfad erlernt. Und der Schattenpfad ist so etwas wie das, was wir eben erlebt haben in der Schattenwelt sozusagen. Das bedeutet, dass wir die Welt, in der wir uns befinden, auf eine andere Art und Weise wahrnehmen können. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wir werden hier den Schattenpfad benutzen und sehen jetzt die Welt, in der wir sind, aus den Augen der Toten. Schattenpfad. Und im Schattenpfad gibt es manchmal Portale, so wie dieses. Nennt sich Nexus-Portal und ist ein Übergang in einen anderen Bereich. Ist das nicht toll? Und hier sind wir. In einer geheimnisvollen Kammer mit dem Mondstein. Haha, wir haben den Mondstein gefunden. Großartig. Hätten wir ohne Benedikt nicht geschafft. Ja, mentale Energie wird dafür verbraucht. Allerdings füllt sich die mentale Energie von selbst wieder auf. Das heißt, wir können uns, wenn wir irgendwo durch ein Portal durchgelaufen sind, nicht aussperren praktisch, weil wir keine mentale Energie mehr haben. Nach einer bestimmten Zeit läuft halt der Schattenpfad aus und wir kehren automatisch wieder zurück. Cool. Also da bin ich gar nicht wirklich den Rohren gefolgt und habe trotzdem den Ausgang gefunden. Gar nicht so wirklich. Also, ja, ich weiß nicht. Ich habe die Rohre jetzt gar nicht mehr gesehen. Trotzdem haben wir zufällig den richtigen Pfad entdeckt. Ist doch super. Ach doch, hier sind sie. Ja klar, die hören ja hier auf. Die Rohre hören ja hier praktisch auf. Oder? Ne, hören sie nicht. Ne, ist egal. Da liegt noch ein bisschen Kupfer, nicht wahr? Kupfererz, genau, hier. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder raus hier. Viel mehr scheint es jetzt hier nicht mehr zu erleben, zu entdecken, zu geben. Können wir auch einfach wieder raus marschieren und mal gucken, was der Typ vorne dazu sagt. Vielleicht interessiert ihn das ja auch irgendwie, dass wir den Mondstein gefunden haben. Er meint ja nur, er hat eine geheimnisvolle Kammer entdeckt. Ich frage mich, wie die da hingekommen sind. Ich meine, wir mussten den Schattenpfad benutzen, um hinzukommen. Wie sind denn die Bergarbeiter da hingekommen? Hm, wäre mal ganz interessant zu wissen. Äh, okay, das funktioniert nicht mit dem Raben. Müssen wir selber auf die Karte gucken, wo es jetzt hier raus geht. Wald. Okay, geht es hier nicht nach rechts? Ne. Gut, dann gehen wir jetzt hier nach oben. Und dann müssten wir eigentlich nach rechts können. Ohn, wunderbar. Sind das Ohnen? Ich hab das jetzt einfach mal Ohnen genannt. Können doch einfach Vasen sein, müssen ja keine Ohnen sein. So, warum geht denn das jetzt hier nicht? Ah, okay. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Guck mal, wir sind hier praktisch auf diesem Weg. Und nicht auf diesem Weg. Das heißt, wir sind unter dem Weg, von dem ich dachte, wo wir drauf sind, gerade drunter. Das ist ein anderes Stockwerk. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Da muss man ganz genau auf die Karte drauf gucken. So, dann müssen wir halt hier wieder raus und gucken, ob hier irgendwo eine Treppe nach oben führt. Eben konnte ich irgendwas aufheben? Da, der Kupfererz. Sehr gut. Ja, hier geht es nach oben. Ein bisschen höher. Und dann geht es auf diesem Pfad hier weiter. So, und jetzt sind wir auf dem Pfad, über dem Pfad, wo wir eben waren. Und jetzt ist die Kreuzung da. Jetzt kommen wir nach rechts. Gut. Sehr schön. Der Pfad des Raben funktioniert auch hauptsächlich deshalb nicht, weil wir gerade gar keine Quest angenommen haben. Ja, oder? Äh, nee, das stimmt, glaube ich, nicht so recht. Ach nee, auf Q ist Quatsch. I, äh, Quests. Die Erweckung der Mondklinge. Doch, auf Karte anzeigen, ja. Funktioniert trotzdem nicht. Wahrscheinlich funktioniert es einfach in Dungeons nicht. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, das funktioniert nicht, weil wir keine Quest angenommen haben. Und dann weiß halt der Rabe auch nicht, wo wir hinwollen. Woher soll der das wissen? So, mal gucken. Oh, noch mehr Kupfererz. Keine Ahnung, wo das jetzt lag. Ist auch egal. Und da ist noch mehr. Gut, mal gucken, ob den das interessiert. Hey, komm hier rüber. Ich schätze, inzwischen hast du herausgefunden, dass es hier unten gefährlich ist. Ich bin der einzige Bergarbeiter, der den Angriff der Assassinen überlebt hat. Das Schicksal kann zynisch sein. Es sind noch Unmengen an Kupfererz hier unten, aber die Wühler haben sich ausgebreitet und alles in Besitz genommen. Vielleicht kann ich die Wühler besiegen. Du? Nun, du kannst dein Glück versuchen, aber... Ich glaube, dazu braucht es einen Kämpfer. Lass mich verarschen. Ich bin noch ein Kämpfer. Okay. Wollen wir mal sehen. Ist auch eigentlich gar keine schlechte Idee. Da wird mir jetzt animiert, hier nochmal alles zu erforschen. Ist vielleicht keine so schlechte Idee. Also, das war jetzt wieder knifflig hier. In welche Richtung gehen wir jetzt? Äh. Aber das Aufdecken mit der Karte ist schon sehr hilfreich. So sieht man wenigstens, wo man schon mal war. Ist das ein Kreislauf? Ja. Gut, hier waren wir aber schon überall. Gehen wir wieder runter und dann nach rechts. Wollen wir mal sehen. Da. Seht ihr? Da ist noch ein Wühler. Also, der Bergarbeiter ist wirklich nicht doof. Den können wir nicht bescheißen. Wir müssen tatsächlich alle Wühler töten. Und der weiß ganz genau, wenn irgendwo noch einer ist. Oh, mehr Kupfererz. Super. Und mehr Urnen-Vasen. Es stellt sich mir immer die Frage, warum die hier überhaupt rumstehen. Ein Waffenständer. Kann man leider nicht zerstören. Keine Waffen von Kriegen. Noch ein Ausgang. Hm. Oder ist das ein... Ach nee, das ist... Das ist was Besonderes. Das ist keine Tür. Das ist eine zerstörbare Wand. Und dafür bräuchten wir eine schwere Waffe, wie eine große Axt oder einen großen Hammer. Und mit dem könnten wir dann diese zerbrechliche Wand zerstören. Durchgehen. Und dann würde hier wahrscheinlich irgend so ein Bogen kommen. Und da wäre dann noch eine Tür zu einem Wald. Noch ein dritter Ausgang. Heilige Städte waren wir. Das war das mit dem... Äh... Mit dem Pfad der Toten. Und mit der Statue. Und da kommen wir her. Und das wäre halt noch irgendein dritter Ausgang. Kommen wir aber jetzt nicht hin. Da brauchen wir eine schwere Waffe für. Tja. Also denke ich mal... Da das so ein spezieller Bereich ist, wo wir noch nicht hin können... Denke ich einfach mal, dass es das jetzt war. Und das war... Und dass da hinten jetzt keine Wühler mehr lauern. Ansonsten müssten wir erst mal gucken. Ach ja klar, da geht es ja auch weiter. Bin ich ganz übersehen. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo doch noch eine schwere Waffe kaufen können. Obwohl ich glaube, momentan gibt es gar keine Händler, bei denen wir irgendwas kaufen können. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Auch wo wir unser Zeug verkaufen können, gibt es momentan auch noch nichts. Was ist das hier? Das kann man nicht... Nee, kann man nicht. Gut, hätte sein können, dass man irgendwie eine Schriftrolle mitnehmen kann oder ein Buch oder so. Oh, die ist offen. Imperiale Truhe, offen. Mit Dukaten und Kupfererz. Coole Sache. Von dem Tisch kann man wirklich nichts mitnehmen. Mir war immer so, als könnte man... Hm, nee. Gut, aber jetzt haben wir die komplette Höhle erkundet. Bis auf diesen einen kleinen Vater. Dann wollen wir mal zurückgehen und gucken, was der dazu sagt. Vielleicht belohnt er uns ja auch mit einer schweren Waffe. Wäre doch auch was Schönes. Ja, das sind so diese drei Waffentypen. Oder... Ach egal, ich will jetzt nicht im Kopf nachziehen, wie viele es sind. Wir haben hier unser Schwert, unsere schnelle Waffe. Dann haben wir später noch unsere Mondklinge. Dann haben wir eine große Axt oder einen großen Hammer. Die sind, glaube ich, gleichbedeutend miteinander. Und dann können wir uns noch ein Speer holen. Speer ist dann... Hat dann auch gleichzeitig noch ein Schild zur Verteidigung. Du hast sie besiegt. Du hast sie alle besiegt. Es war nicht leicht, aber es ist getan. Großartig. Hier, nimm diese kleine Belohnung. Aber ach, die Mine ist noch immer so still wie ein Grab. Solange wir keine starken Kerle finden, die das Kupfer schlagen können, ist das Dorf noch immer dem Untergang geweiht. Du wirst das Dorf sicher bald verlassen. Vielleicht findest du unterwegs Männer, die Arbeit suchen. Schick sie ins Dorf. Schick sie zu mir. Keine Bergbauern mehr. Kein Erz mehr. Und niemand singt mehr Lieder unter dem Berg. Verzweifle nicht. Lieder werden wieder gesungen werden. Das hoffe ich. Aber wirst du dich an mich erinnern und jemals zurückkommen? Das weiß ich nicht so genau. Ja. Und ich bin ein. Und ich bin ein.